Schönen guten Morgen! Die Hansenhof Elektronik GmbH hatten wir zwei Freikarten für die Bauma in München geschenkt. Deswegen mache ich mich jetzt noch ganz schnell fertig, mache die Haare so gut es geht und dann packe ich den Kopf in den Helm, mache die Haare wieder kaputt und auf geht's nach München zur Bauma. Euch nehme ich mit! Bis zum nächsten Mal, geh mal auf! Bis zum nächsten Mal. So, Baum war hinter mir gelassen. Jetzt bin ich noch ein bisschen weiter in Richtung Innenstadt gefahren. Und zwar, sieht man das hinter mir? Nö, der Osmo hält fleißig aufs Gesicht. Ich bin jetzt hier bei unserem Bayern-München-Gebäude, Fanshop, sonst was. Da soll ich für die Michaela Tickets besorgen. Und zwar für ein Spiel der FC Bayern Damen am Ostersonntag. Schauen wir mal, ob ich da hier eine Karte bekomme. So, Karten haben wir bekommen. Einen Schall, speziell für die Spieler, gibt es scheinbar für jedes Spiel dann nur einen extra Schall, habe ich auch bekommen und mitgenommen. Und jetzt geht es auf in Richtung Amfing zurück. Und jetzt geht es auf in Richtung Amfing zurück.